Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Together Starböhnchen mit mir, dem Kügel und dem Sora-LP. Und wir sind gerade auf einer Party, wo wir eingeladen wurden. Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ja, mal gucken. Und ich würde mal sagen, wir gucken nochmal eben hier oben, was hier so los ist. Gar nichts weiter. War wir hier nämlich, beziehungsweise ich bin hier vorhin schon mal kurz langgegangen. Aha. Ah, war aber auch, Moment, hier die Kiste. Plans für die, die sind bereit zu hand. Und ein Buch. Das nehme ich mir direkt raus. Ja. Und irgendeine komische Hose. Also, was können wir mit dieser Rüstung wahrscheinlich machen? Ja, einfach mitnehmen. Klar, gönn dir. Also, du. Also, du. Ja, immer. Will ich Geld? Mach' klar die Spende. Woh, 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 woh. Alter. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Hä? Hä? Ja, wahrscheinlich, wenn einer jetzt hier ist und das Tor war zu, dass man hier auch so durchgehen kann. Aha. Vielleicht kann man von beiden Seiten. Guten Morgen. Achso. Ich wollte dich gerade umbringen. Let's stick together. Nein. Fiss dich. Geh weg. Let's head, let's head off together. Also, herzlich willkommen zum, äh, let's head off together. Starboard. Äh, oh mein Gott. Warum gehst du vor? Ich meine gerade Musik. Achso, ja, äh. Ja, Moment. I just wait here. Ja, ja, gut. I stay here. Don't leave me alone to alone. Ja, ja, du mir auch. Das war sehr musikalisch. So, mal hier auch mit langs. Ja, wäre nur Rückweg eventuell, ne? Ja. Das kommt mir irgendwie alles bekannt vor. Meinst du? Irgendwie ja. Ich weiß nicht warum. Ja. Ja, hier waren wir schon. Das ist der Anfang hier. So, die große Preisfrage ist jetzt nur. Wo ist der Very Big Shit Endgegner? Hier waren wir schon, ne? Ja, ja, ich weiß. Wir müssen weiter nach rechts und dann gibt es noch ein paar Wege weiter. Ein paar Wege weiter. Huch. Oh, es gab bei mir einen schönen Frame-Anbruch gerade. Cool. So, also weiter nach rechts. Ja. Achso, hier wahrscheinlich mit diesem, äh, drei Tor-Dings, wo wir vorhin nicht durchgekommen sind. Richtig. Und ich hoffe mal, dass wir das jetzt öffnen können. Äh, war das hier richtig? Warte mal, ich glaube da... Da oben? Eine Falle. Aufpassen. So, noch eine Falle. Warte, ich gucke hier unten nochmal weiter. Aha, ich gucke schon mal hier oben. Vielleicht muss einer oben lang gehen und der andere unten, damit man dann hier das Tor aufkriegt. Äh, wie sieht's bei dir oben aus? Äh, komisch. Komisch. Ach, hier sind wir schon gewesen, da wo ich den Raum mit Gift gefüllt habe. Äh, Ich komm mal runter zu dir. Die Frage ist nur, wie müssen wir das jetzt einstellen, dass wir hier durchkommen? Weil da blicke ich gerade nicht ganz dran lang. Ach, warte mal. Hier steht Turn Back. Ich bin hier gerade unten im Wasser. Hä? Hier. Ich gucke mal... Ich gucke jetzt hier einfach mal lang. Vielleicht müssen wir hier sogar lang. Weiß man ja nicht. Das sieht mir nämlich fast danach aus. So. Uiuiui. Ähm... Gino, gehst du oben lang? Äh, ich kann oben lang gehen, klar. Gut. Oh, Alter, das teilt sich ja hier komplett. Oh, das ist ja scheiße. Wua! Alles gut? Äh, ja, ja, ich, äh, ne? Bin ja noch da. Oder, warte mal, muss ich da oben? Ich gucke jetzt auch nochmal hier in diese vermutlichen Sackgassen. Man weiß ja nie, ob da... Hi. Du kommst nicht von mir links. Hi. Ich gucke hier unten aber auch nochmal eben. Warte, hier ist noch eine Kiste. Und ein Buch. Ein bisschen Geld. Äh, was haben wir denn hier unten? Okulimon Seed. Äh, äh. 350 Pixel. Und ein Blend Fiber. Das hat sich gelohnt. Unglaublich. Warst du hier links schon? Äh, ja, da bin ich ja gerade hergekommen. Also, von der zweiten Seite hier. Aha. Aber hier war noch keiner. Ne, von da bin ich ja gekommen, von den beiden Seiten. Die, äh... Ja, das verbindet sich beides. Ach so. Soll ich mal drücken? Ja, mach mal. Schönen guten Tag. Wer schießt denn hier, bitte? Hier, da, da hier oben, der Spasti. Warte, ich heil mich mal ganz kurz. Ich bin ja lieber jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Okay. Dann mach so. Okay, warte. Hallo? Hä? Will er nicht mehr? Jetzt. Ha. Very good. Äh. Ist das besser gewesen? Höh. Nein! Oh, verdammt! Es ist doch zum Kotzen! Ah, warte mal. Ach so, nee, scheiße. Ich dachte, das wäre jetzt hier diese... ...Dings gewesen, wo wir vorhin ja nicht weitergekommen sind. Ähm, hattest du hier oben schon geguckt? Wo der Vogelkäfig da ist? Da kommst du schon. Klar. Was? Okay. Aber hier ist nichts. Ja, aber hier unten habe ich das Teile. Ganz genau. Ah ja. Alter, die machen aber auch einen Schaden, ey. What the fuck? Dafür 225 Pixel. 375 Pixel. 375 Pixel. 375 Pixel. Zusammen rein? Das wäre das Beste. Der Leben, der Leben. Ja, ja, ja. Lass mich in Ruhe Diese Baumwaffe Ich laufe mal kurz weg So Also die werden wir mich auch haben So Hä What the Oh Genau, guck mal in die Kiste 1000 Pixel Black Tech Deer Du hast die Guck hier oben nochmal eben Ne, da ist dann nichts weiter Alter Und ich hab noch einen Doppelsprung eingesetzt Du hast doch deine Blase mit F, ne Ist es egal I just barely escaped Invei 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 Was a trap all along Set up by Bloodthirsty Floran Hunters I found a satellite And can connect To Ja, ich hab nichts Endgeleses scheiße To my Ja, les mal weiter Genau Connect my ship Teleport Teleport Now That Floran Hunter At the Outpost Has a lot To answer for me So I should take to the Floran Hunter At the Outpost And see what he has To say for himself Okay Okay Also Hier drauf E hoch Tschüss Das war Synchron 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 Oh, Baby Haben ja die Routing gekriegt, wa? So, können wir gleich wieder runter? Um zum Outpost zu kommen Ja, naja, wir sind da und da Richtig Tschüssi Kannst du so nicht sagen, ja Oh, du Pupskopf, du Kleiner Schlawuski Oh, scheiße, neuer Ausruf Alter, bitte Kleine Bäre Hallo Noch eine, komm noch mehr Bitte Gib noch ein 3, 4, 5, 6 Sag mal, jetzt euch noch ganz danke Ich denke, wir sollen jetzt zum Dings hin Oh, ja Da ist die Schlampe Oh, Mann Oh, Floran did not accept to see you again Trap Floran did not mean to send you into ambush Please take this as an apology It's a nano skin Let me let you survive in the cold Ja Schön, wir können jetzt also auch auf kalte Planetarien Haben wir so einen Skin bekommen So Jetzt werden wir erstmal hier die neuen Ausrufezeichen bedingsten Oh, ja This guy isn't talking He has given me a driving too Perhaps this is something he wants Aha Ich muss noch kurz nach gucken Oh, ich bin ja da erstmal dabei die neuen Aufgaben zu starten I have a job I need taking care of Do you think you could find me some cheese and some liquid poison? Äh, ja Schieß haben wir hier, ich kann dir einen Käse abgeben Good eternal evening You look like someone in need of adventure Would you like to go on an adventure for me? Äh, if you can find a moon emblem in a avian tomb I'll give you this blank tech card in return Klar Hey Spasti, bleib mal stehen I have a great idea I want to add music to my act I have this wonderful guitar But, äh, one of the strings is broken Find me some string And I'll reward you Ja, schön So, was, was wolltest du jetzt? Ich hab dir, für die Mission mit den Käse und den Liquid, die dein Käse ist schon gegeben Ja, da brauchen wir dann noch Gift Please get signed Hä? Maybe der nicht Hä? Hier, das ist ein Ausrufezeichen, noch einer Noch eins? Oh, nö Oh, bitte Ey! Du landest in der Pfanne durch, sagst du ja Hey, old buddy, old pal Äh, I have me a friend Was? I have me a friend Who needs someone to test his new robot mach on Äh, and you're fit for the task If you can get yourself to set Äh, either Igisalt, Rubium or Vium Armor Then I give you the coordinates Ja, das heißt, der nächste Endgegner wäre dann schon mal gesichert So 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 Aha Aha Können wir eigentlich zurück, oder? Warte, was wollte sie haben, was wollte es dringen? Können wir gleich nochmal auf dem Schiff nachgucken? Äh Äh, ja Würde ich sagen Also, soweit Sieht das ja erstmal gut aus So Und einmal bitte zu Huch Zurück aufs Schiff So Also Jetzt noch mal hier kurz in die Quests reingucken Äh, hm Äh 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 Ein Drawing Through, was ist eine Drawing Through? Äh, gibts mir ein Drawing Through Äh Äh Ich glaube, nur auch hinten, so n-so So n-so 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 n Plakat Das heißt, das Plakat müssen wir ihm jetzt zurückgeben, oder was? Keine Ahnung. Ach Gott, das kann ja was werden. So, und flüssiges Gift. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal an unseren Dings hier dran, wo die Techniken drin sind. Und wir können jetzt... Ach hier, Cold Protection. Wir können jetzt also auf einen Frierplaneten. Aha. Wollen wir da als nächstes erstmal hin? Also jetzt noch in dieser Folge? Ja, dann muss ich aber kurz mal auf mein Schiff. Bin gleich wieder da. Jo, jo. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal ein bisschen Überlänge. Weil, ähm, die nächste Folge, das wird ja dann eine Special-Folge. Hast du mal in deinen Cell reingeguckt, was du alles freigeschalten kannst jetzt? Äh, in was? In wo? In bitte wie? In deinen, äh, Show My Tags. Äh, Tags. Weißt du, was du alles freigeschalten kannst? Äh, in die Tags. Moment. Head. Morph Ball. Äh, äh. Sky Raider. Ach du Scheiße. Äh, äh. Board. Body. Ground Smash. Light Rig. Was? Ach so, okay. Gravity Bubble. Rocket Jump. Ach du Scheiße. Ach, und damit können wir diese Dinger freischalten. Äh, äh. Okay. Nee, ich würd sagen, wir bleiben jetzt erstmal hier bei dem Code Protection. Alwas anderes werde ich da jetzt aber nicht, äh, freischalten. Damit, äh, werde ich schon auch ein bisschen warten. Ich guck grad mal so durch, äh. Mhm, mhm, mhm. Pass auf, ich zieh jetzt mal kurz diese Klamotten an. Ich will mal kurz gucken, wie das aussieht. Huch. Ach so, einen Helm haben wir da gar nicht gekriegt. Nee, ne? Also einen Helm hattest du nicht eingesammelt. Mh. Oh Gott. Oh Gott. Ich sag nur, oh mein Gott. Warum? Guck dir an, wie ich aussehe, dann weißt du ganz genau, was los ist. Ich sehe aus wie ein Pirat, der irgendwas im Rücken stecken hat. Ich sehe aus wie ein Pirat, der irgendwas im Rücken stecken hat. Ja. Du mich auch. Was ist das? Das ist das Licht. Ah ja, das Licht von Babylon oder was? Ne, das ist diese, was heißt das? Skywell Rider. Äh, ja. Aha. So, ähm, sag mal, wie lange läuft jetzt eigentlich die Aufnahme? 22 Minuten. Mhm. Gut. Äh, hast du dir schon wegen der nächsten Folge ein paar Gedanken gemacht? Wie lange soll die werden, beziehungsweise was hast du denn da so für uns geplant? Nein, was haben wir geplant? Was habe ich geplant? Eigentlich ist es hier nur einen Rohstoff zu finden, eventuell. Diese LG Seid, Rubio und so weiter. Das alles in der nächsten Folge. Nein, auf jeden Fall in der nächsten Folge gehen wir erstmal auf einen geilen Mondplaneten. Okay. Ich dachte, da war jetzt irgendwas Besonderes geplant. Ich hätte mir da nämlich jetzt schon was Schönes gewünscht. Also, so, ne? Also, du... Ja, ich wüsste nämlich schon so eine Kleinigkeit, die man sich vielleicht mal angucken könnte. Achso. Ne? Ist das, was wir jetzt... Genau das? Erstmal muss ich diese komischen Klamotten wieder loswerden. Moment. So, das sieht schon viel besser aus. Willst du die anziehen oder sollst du... eine Seite packen? Pack mal weg. Ich ziehe auch mal... Ich ziehe mein Frucht... mein Fruchtchen aus. So, einmal den kann man eine Seite... Warum haben wir so einen Zeppling dabei? Das ist ja scheiße. Ich habe jetzt zwei Beachballs. Schmeiß die auch mal mit rein. Also, dieses Poster, äh... Please help me, habe ich noch dabei. Was wir von dem... äh... Roboter-Typsen da gekriegt haben. Ob ich auch. Please get sign. Äh... Ich habe ja noch ein anderes. Guck mal. Ist da wer hat er bekommen? Aha. Okay. Jo. Gut. Oder pass auf, ich suche uns jetzt erstmal einen... kalten Planeten raus. Äh, zieh dir mal diese, äh... Kulte-Dings da, äh... gepumpt da, also du, du, du weißt, was ich meine. Habe ich. Zieh dir das mal an. Äh, achso, wir sind jetzt hier im Alpha-Quadranten. Äh... Wir brauchen Benzin. Tut mir leid. Was denn? Wir tun das Benzin da rein, pass auf. Und dann geh ich noch mal runter. Und dann holen wir uns ein bisschen Fuel. Warte mal, dann komm ich mit, dann, äh... Ich hab ja... Ich hatte vorhin über 8000 Pixels, jetzt hab ich noch 6200. Ein Wunder, ich bin wieder vor dir. Das ist auch nicht schwierig. Ähm, du weißt, äh, hast du jetzt schon so, äh, als leichte Idee, was wir jetzt nächste Folge dann machen wollen? Eventuell, ich glaube... Ich glaube. Na. I believe. You can fly? I believe I can... Splashing on the ground. What do you want? Can you say it in real words, please? Oh, don't you make a shit? Bitch, please. How do you talking with me? That is not good. Ah, hier, Kollege, pass mal wieder auf, was ich ja sagen, ne? Yes, kannst du dir mal auf dem Rücken packen. Oh, geil. Huch! Nein! Ich bin wieder. Nein, nein! Bitte! Waffe mehr! Scheißdreck hier mit der Technik. So. Pass auf, mein Fuel kommt da auch noch mit rein. Wo ist denn das? Hallo? Also was ich komisch finde, das landet hier immer im zweiten Dings. Sehr mysteriös. So. Alles klar, das haben wir. Jetzt brauchen wir einen gefrorenen, ähm... Na? Weiß Bescheid. Einen gefrorenen Eisplanet. Blalalalalala. Epsilon, Delta, P, S, C, 5, 5, 5, 5, 5. Ein frohschen Star. Das ist schon mal gut. Das ist ganz frohschen. Gefrorene Eisplanet. Okay. So, Threat Dangerous. Okay. Eisplanet Frigid Oceans. Ja, ähm... Wollen wir den kleinen oder den großen Planeten nehmen? Da ist, äh... Nimm, äh... Tageslänge 16 Minuten und bei dem, äh, anderen 12 Minuten. Nimm erst mal den kleinen. Gut. Alles klar, Herr Kommissar. So. Machen wir uns da mal auf den Weg? Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was uns da jetzt auf dem Planeten erwartet. So. Hier, du kannst deinem Körper mit Tech-Cards augmentieren und... Ja, ja, das haben wir ja schon. Ihr Unit... Abilities... ...with nanosourcen, with all you survived and otherwise deadly avenuments. Gut. Die Frage ist nur, ob wir mit unseren Waffen da jetzt so durchkommen. Aber natürlich... Nicht. Gut, wir werden gleich sehen, wenn ich sterbe. Und ich glaube, dann, äh, so demnächst einmal wieder ein paar... Äh, Plant Fibers. Das stimmt. In der Tat. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wow. Oh, es schneit. Was süß. Aha, was kann ich denn jetzt? Ah, bitte was? Press F to generate the Skyhawk. Aha. Allow you to attach yourself to Skyhawels. Oh, hier ist wieder ganz viel Wasser. Aha. Pressant. Ja, grab dich wieder runter. Ja, oder soll ich noch oben bleiben? Wie du möchtest. Aber es ist überall nur Wasser. Ich bin jetzt gerade hier unten angekommen. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz, was man hier so auf dem Boden findet. Naja, gut, besonders ist das jetzt nicht. What the fuck? Also mit den Waffen kommen wir locker hin, nur wir verlieren sehr viel Life. Ich kämpfe gerade gegen einen Fisch. Nun, nun, nun. Der dich fast killt. Ja. Aber geht noch, ne? Läuft. War das gerade der Timer? Ja. Sehr schön. Ähm, gut, hör auf, wir treffen uns doch nochmal oben, äh. Vielleicht, so, gelingt's, ne? Ja, ja, ja. Wo bist du? Auf dem Schiff? Bei mir? Achso. Muss ich erstmal wieder rauskommen. Scheiße. Hallo, ich würde dich gerne nach oben. Ah. Ich hab's geschafft. Ja. Ach, ne. So. Hey, ich lebe noch. So, mehr oder weniger. So. Gut, dann, äh, würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Und dann, ähm, werden wir uns auf dem Eispaneten weiter umgucken. Und ich sage schon mal im Voraus, die nächste Folge wird ein bisschen Überlänge haben. Äh. Nur so als kleine Info, also, könnte vielleicht eine zwei Stunden Folge werden. Wir werden, werden wir sehen. Werden wir sehen. Gut, dann, äh, bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschau. Just parce schon wieder, bitte. Ja.